so da drüben das nächste obst bombe so ist der nächste scheiß da hinten noch zack bombe jetzt ist die frage was habe ich noch nicht warte mal hier ist eine bombe da ist noch keine da kommt nur eine hin wo ist eigentlich die scheiß fahne ja da drüben da kann man eine bombe hin das obst verpisst dich schon freiwillig darf nicht auf dem boden das ist der kack wo ist die fahne wo ist denn die fahne da drüben ja und ich komme da rein toll das ist das nennt jetzt mal luckshot ich habe keine ahnung wie ich das gemacht habe ok anders das habe ich professionell hingekriegt ich bringe ich alles in die luft hier die paprika fliegen in der gegend dino der markt großbuchstaben zu viel ja ich muss das mal abändern ich muss sagen es stört mich eigentlich überhaupt nicht aber ich dachte gar nicht dass das macht weil es bisher noch keinen gegeben hat der es benutzt hat aber tut er nichts anderes hat es denn hat er auch eine aufgelegt ganz am anfang aber ich schalte es mal ab bis nachher wenn ich daran denke weil eigentlich habe ich kein problem mit großbuchstaben so 100.000 reicht es ja für silber reicht es okay ich nehme meine silbermedaille und go home das geht mit der kann ich leben hauptsache eine bronze hauptsache überhaupt geschaffte so was kriege ich jetzt habe ich wieder ein loch freigeschaltet also wie gesagt als professioneller playboy da muss man sich daran gewöhnen da schaltet man öfters neue löcher frei wir sind im paintjob das ist geil ein bisschen wandulieren hier black hole das hört sich ja sexy an oh god oh ne against the clock wenn ich das schon lese ich habe schon wieder zeitdruck ich hasse zeitmissionen das ist einfach shit anders kann man das nicht ausdrücken ich hasse es einfach wenn man stress hat wenn man so innerhalb von den gewissen oh ich nehme es zurück das ist die einzige zeitmission die ich akzeptiere hier sind hunderte flacken und du musst einfach nur punkte machen wie sau am besten über bande dann kriegst doppelt punkte am besten nur aufs dach aufschießen runterkommen und nochmal bande dann kriegst vierfach punkte und das in einer gewissen zeit also das ist die einzige zeitmission die geil ist die ist echt geil einfach nur geil so 600.000 minimum 1,8 milim für gold ich glaube das kriege ich hin also fangen wir mal an boom digga ah scheiße und überbande treffer überbande treffer überbande treffer bande treffer bande nix bande aber treffer so dreimal darf ich daneben schießen da haben wir noch zeit ich muss mir ein bisschen pein hier geht es auch um die scheiß zeit so je weniger flacken da sind desto weniger die chance dass man trifft aber im moment läuft es ich gebe mal hier den turbo raus wo ist mein ball nein egal einmal daneben ist okay ich kann dreimal daneben boom digga wo ist mein ball so nächstes loch nächstes loch alter ich versenke so viele löcher ich bin ärger wie you hefner jedes loch wird drangenommen und richtig hart hallo jedes loch habe ich gesagt lol der nimmt mich nicht ernst der ball so ne sau so rein da rein da da geht noch was leute da geht noch was oh trifft das ist mein letzter ball na das reicht für silber na ok für silber reicht es aber den machen wir nochmal weil die mission ist geil die ist wirklich geil platinfahnen bonus oh es geht was haben wir denn silber aber da kriege ich gold hin was brauche ich nochmal da schauen wir nochmal rum ah ich habe schon wieder was freigeschaltet das ist doch heiß das ist sexy welttour freigeschaltet und ein neues loch aufgeschlagen oh ja so aber wiederholen weil das war nämlich richtig geil die weißen fahnen sind die geilsten das sind die platinfahnen so dann lass mal gucken 1,8 mille das schaffe ich doch weil das kümmern ist dann kann man nicht sein dass man das nicht schafft so treffen wo ist mein ball oh roll wo rein Arsch Arsch hier auch mal rein hier auch mal rein manchmal da schieß ich ein bisschen in der gegend vor sehr schön da rein man kann natürlich schon ein bisschen zielen ich möchte zb die bei der mauer jetzt voll daneben geschossen übrigens aber gar nicht über andere die da die daneben die dahinter die neben mir voll daneben aber ist egal so läuft es wenn ihr ein bisschen ziehen kann man natürlich schon so oh god jetzt habe ich daneben geballert aber egal ich habe wieder was geballert mit meinem ball hoffen so wir haben schon 1,2 mille also es sieht gut aus sauber sexy und mega mit meinem ball habe ich eigentlich schon mal daneben geschossen ich glaube nicht ne oh scheiße der war nix oder doch geil dreimal kann man daneben schießen und oder die zeit ist aus so einmal haben wir jetzt daneben so einen ball habe ich nur das war zweimal daneben ich habe ich kann ihn nicht zählen schießen wir mal so rein dass ich die flaggen da überhaupt habe das ist mir nur so gut als wie oh scheiße ich habe sie gar nicht der geht daneben ok das war's das war's aber ich habe mein gold trotzdem 1,8 mille damit kann man leben oh ja damit kann man gut leben so sie haben eine goldmedaille dankeschön 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 also eine weitere goldmedaille auf dem konto ich werde schon zum golf profi hier wie viele missionen haben wir hier eigentlich noch richtig geil so wenig sind es gar nicht da glaubt man es gibt ein paar dings und du lochst ein bisschen ein aber es ist eigentlich ganz lustig das game so frankreich wir haben wieder was neues und zwar im clock room was soll man machen glue ball und bomben oh ja da sind wir zu heim das ist geil springen wir wieder was in die luft so wie sieht es denn hier aus ja die uhren sollen wir springen ist ganz easy wie viele punkte brauchen wir also oh gott ich darf den boden wieder nicht berühren ne gut 135.000 und minimum 50 oh ne Zeit oh das hasse ich hier noch ne bombe und die scheiß flagge ich soll ihn die flagge treffen wenn ich nicht ja von oben halt ehrschot ne hm wenn ich es geschafft habe ist die frage ist nur gering genug punkte jetzt krachten wir hier ein paar mal die uhren die zerfetzt sich die braucht die niemand mehr oder ja so richtig kaputt sind die wohnen das ist für ein wenig sprengstoff für ein chinesischer Mann die hätten da ein bisserl mehr randaliert werden können hm 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 komisch wie viel brauche ich jetzt punkte 2 jetzt kann ich mal 30.000 geschafft habe ich das läuft schauen wir mal joo ja ist zwar nur bronze aber ok gehen wir sich mal damit zufrieden muss ja nicht immer gold sein kann ja auch platen sein pfff so usa was haben wir hier storeroom ok also well planned oh ne 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 joo wir sollen einfach randalieren sagt er uns da bin ich ganz gut drin eigentlich einfach mal so bissl randalieren ach sm weil du gerade da bist ich weiß nicht ob du das mitgekriegt hast aber ich werde doom let's playen also durchzocken schon installiert schon fertig können wir jederzeit angehen so bronze 60.000 gold 150.000 so jetzt schauen wir sich schnell um was hier so wertvoll ist eigentlich nix ja wo fangen wir an am besten Champagner so das reicht jawoll dann rüber zum anderen Regal oh die Hüfte die zerlege ich weil ich sehe gar nichts hier das blendet so dieser smashball das siehst du überhaupt nix ich sehe gar nix ja ich weiß nur eins ich richte hier ein bisschen damage an lol alter ich randaliere die Bude hier hier möchte ich nicht wohnen hier möchte ich vor allem nicht Lagerist sein der hat jetzt ein bissl hacken alter das muss blenden hier ich sehe gar nix mehr so stopp und smashwave boom weg mit dem scheiß so das ist immer ein bissl was zieht hey da hat wer gesoffen die soffen da ist die flagge nein boom das ist mal ne coole mission einfach randalieren wie sau das nennt ich mal cool so ja ich weiß jetzt nicht mehr wieviel punkte ich gebraucht habe aber ich sag mal so ich hab doch ordentlich randaliert hier ne die platin motherfucker läuft wer will gold aller wenn du kannst sie ich nehme nur platin so neue löcher aufgeschlagen jetzt hab ich die Uschi wieder aufgeweckt so was haben wir denn USA also in the kitchen man muss sagen kitchen ist nicht nur mir smashed potato yeah wir smashen den Hades jetzt den alten potato smashbreaker moment mal jetzt lese ich erst mit der linken und mit der rechten maustaste kann ich den smashbreaker lol ich spiele schon so lange das wusste ich echt nicht lol na das werde ich jetzt probieren das wusste ich nicht so oh ne hazard 90.170 ok schau mal wo ist hazard wo darf ich nicht hin irgendwo ist hazard sehe ich nicht wo aber ich muss das hier kaputt machen was ist denn das ach so den salat oder was oh Gott so da und auf geht's ach so ins feuer darf ich nicht ja ich check schon ne dann gehen wir nicht ins feuer das können wir hier ordentlich randalieren so wo gibt's noch was zum randalieren da gibt's nur was du bist die blöde Fahne ah da ich muss Richtung Fahne nein nicht ins feuer scheiße sag ich noch ich darf nicht ins feuer und dann hüpfe ich da auch nur rein so blöde na egal doch herr im himmel na guck mach mal nochmal ist ja egal wie viele punkte brauche ich nochmal jetzt muss ich nochmal gucken da habe ich doch mehr punkte gebraucht oder guck mal ja 90.000 für bronze wie soll denn das aber wisst ihr was ich hole jetzt gleich oben auf wir machen das gleich mal so so schluss ist jetzt schluss mit lustig hier so das regal sieht aus wie ich jetzt neu gekürzt werden müsste ich werde da mal mithelfen wir müssen aufpassen dass wir nicht ins feuer kommen das ist so ekelhaft das feuer wow hier ist überall feuer ey da musst du aufpassen wo du hingehst dieser smash dings da der explodiert wenn man drauf hüpft das ist richtig geil nur wie gesagt nicht ins scheiß feuer ja da kriegst du punkte zusammen nein nicht ins feuer weg 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 hier ist heiß und ich habe noch immer den smash breaker wenn ich den smash berühre dann verlängert sich die zeit geil ist das wusste ich auch ne so wo soll ich jetzt hin ich habe noch ein bisschen Zeit gibt es hier noch was zum randalieren da gibt es noch was da lass mal rauf aufs regal du so genau ne aufs regal du Arsch egal wenn alle an mir ich da unten so alles klar shockwave wie soll ich ihn von hier zur fahne so oh nö ach scheiße da kriegen nur 50% das reicht nicht äh kiala stone moinsen aber die punkte werden nicht reichen immer wenn du nicht triffst dann kriegst du 50% alter ja wenn ich jetzt getroffen hätte dann hätte ich genug punkte und ganz ehrlich das war ja ne mega tragödie das hier zu schaffen wie schwierig ist denn die mission sind die bescheuert so wo haben wir den smash da drüben den will ich treffen oder den da wow 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 quer smash boom digger alter das fetzt so dass du nicht mal siehst wie der hinfliegt das ist das problem so wo ist denn noch ein smash hier ist noch ein smash jawoll ich seh den ball nicht teilweise das ist das problem was hier so gesmashed wow na komm explodier jawoll boah das blendet hier die ganze Moodle wow 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 mikro im weg regal im weg regal boom digger nicht ins feuer nicht ins feuer feuer illegal so da macht es auch nochmal boom jetzt habe ich das schon gut randaliert was könnt ihr noch machen hier kann man noch bisschen randalieren ey ich seh nix so da war ich schon hab ich auch schon randaliert weiter das regal hier ist noch open boom digger die hat gesessen und nochmal ihr säcke ihr regalsäcke aber ich ruhe mich oh ich ruhe mich so wo ist die fahne wo ist die ich lass sie schon eingeblendet aber ich seh sie nicht wo ist meine fahne wo ist meine fahne wow nicht im ofen scheiße boah boah ich seh überhaupt nix mehr nein nicht im ofen boah alter ich krieg nen herzinfarkt so komm so und ne shockwave gibt's dass die Gurken rumfliegen ach nöö komm ey die fahne ist neben mir und ich treff sie nicht was ist das denn ey wie kann man denn da vorbeischießen das war ein millimeter das versteht wir machen wieder mal nen cut wenn es euch gefallen hat abonniert mich liked mich schreibt nen kommentar ich würde mich wirklich drüber freuen bis zum nächsten mal euer zocker andy von gameplay deluxe tschüss mit Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018